Es lohnt sich, diesen Land Rover einmal näher anzuschauen. Er hat einen Dieselmotor und eine Automatik. Nehmen Sie am Steuerplatz und lassen Sie sich durch das geräumige Fahrzeuginnere überraschen. Mit Vorkehrungen wie ESP, hinteren Parksensoren und Traktionskontrolle sind Sie unterwegs immer sicher. Zur Ausrüstung dieses Autos gehören außerdem ein Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen. Möchten Sie eine Probefahrt mit diesem Land Rover machen? Dann rufen Sie uns jetzt an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017